Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, meine liebe Geschwister, ich begrüße euch mit der Begrüßung des Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nachdem wir die letzten sechs Doros ausführlich über Sura al-Rahman gesprochen haben, wollen wir heute der zweiten Sura unseres Ramadan-Programms widmen. Darum, meine lieben Geschwister, beginnen wir nun mit der Sura al-Waqia. Dieses Sura ist bekannt wegen des Wortes al-Waqia. Selbst, wenn man den ersten Vers, stellt man fest, dass es im ersten Vers enthalten ist. Es ist sowohl im Koran, in den Werken des Zafzir, als auch im Hadith enthalten. Es wurde in mehreren Hadithen des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, berichtet. Darüber, in dem berühmten Hadith, Abu Bakr, radiyallahu anhu, sagte, O Gesandte Allahs, du bist grau geworden. So erwiderte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, grau haben mich hud, al-Waqia, al-Mursalat, amma yata sa'alun und ida shamsukum virat gemacht. Berichtet von At-Tarmidhi und dieses Hadith ist sahih. Genauso das Hadith, in dem Uthman, radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, besuchte, während dieser krank war und woran er später starb. Er sagte zu ihm, soll ich dir nicht einen Arzt rufen, woraufhin ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, erwiderte, der Heiler hat mich krank werden lassen. So sagte Uthman, willst du deine Familie und deiner Tochter etwas hinterlassen? Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, antwortete, ich hinterließ ihnen das, was ich vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehört habe, dass wer auch immer Surah al-Waqia jeden Abend rezitiert, der wird nicht arm. Dieses Hadith ist jedoch nicht sahih, meine Geschwister. Was aber richtig ist, dass al-Faqar, amut, aus Gründen, die Allah s.w.t. erschaffen hat, abgewiesen oder beseitigt wird. Allah wies seine Diener an, nach Versorgung zu streben. Dazu gehört, im Land umher zu reisen. So sagt Allah s.w.t. Die im Land umher reisen, wo sie nach etwas von Allah s.w.t. trachten. Meine Geschwister, so sagt Allah s.w.t. auch, Wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allah s.w.t. Meine liebe Geschwister, zu den Gründen gehört auch Gutes tun und von dem Ausgeben, was Allah einem gegeben hat. So sagt Allah s.w.t. in einem Hadith Qudsi Anfiq ya ibn Adam, unfiq alaik. Spende, o Sohn Adam, und ich werde für dich spenden. Was das Koran Rezitieren anbetrifft, weil es hieß ja vorher, wer Surat al-Waqiyah rezitiert, der wird von Armut verschont oder wird nicht arm, sinngemäß. Aber was das Koran Rezitieren anbetrifft, so ist dies für Wissen, dass man also Wissen erwerbt und Handlungen, das heißt auch danach handelt, in der Hoffnung, aber auch darin sind Hoffnungen auf den letzten Tag und für die Behebung der Mängel, die man hat bei sich selbst und bei der Gesellschaft. Von der Armut wird man nicht nur durch Al-Zawakkul befreit, das wäre eine falsche Einstellung, sondern mit dem Streben nach Versorgung, denn Allah s.w.t. hat uns angeordnet, dass wir auch nach Versorgung streben sollen. Somit ist dieses Hadith von Ibn al-As'ud nicht authentisch, meine Geschwister. Zu den Hadithen, die darüber berichtet wurden, gehört, von Jabir radiallahu anhu, wurde berichtet, dass er, dass der Prophet s.w.t. zum Fajr mit Sura al-Fajr und Sura al-Waqi'ah zu beten pflegte. Berichtet von Ahmed und der Sura al-Waqi'ah hat es als Sahih eingestuft. Die Anzahl der Versen. Die Sura al-Waqi'ah hat 99 Versen und es wurde auch gesagt 97. Es wurde auch gesagt 96. Die Sura, meine Geschwister, sie ist bei den Jumhur der Rechtsgelehrten eine mechanische Sura. Die Sura beginnt mit Iza waqa'ati al-Waqi'ah Iza waqa'ati al-Waqi'ah Wenn die Stunde eintrifft, die eintreffen wird. Wenn, das Wort wenn, Iza ist ein Umstand, der in der Zukunft eintreten wird, als etwas, das noch kommen wird. Jedoch sind darin auch die Bedingungen enthalten, dass wenn al-Waqi'ah eintreffen wird, wird dieses und jenes geschehen. Al-Waqi'ah, meine Geschwister, ist einer der Namen des Tags der Auferstehung. Wie zum Beispiel al-Haqa und al-Sahha und al-Tamma und al-Azifa und so weiter. Aber Iza wa'ati al-Waqi'ah sagt hier, dass al-Waqi'ah passiert. Und dieser Vers ist ein Hinweis auf die Gewaltigkeit der Angelegenheit. Als würde etwas Gewaltiges geschehen, sodass es ein lautes Geräusch macht und es eine gewaltige Erschütterung gibt. Darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala unmittelbar danach, Iza wa'ati al-Waqi'ah gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird. So ist ihr Eintreffen, meine Geschwister, Waqa'ati al-Waqi'ah und er sagt nicht Waqa'ati al-Waqi'ah als käme sie auf einmal und das schnell und unerwartet, also als käme sie auf einmal, aber schnell und unerwartet und so ist sie. Und so ist sie auch, meine Geschwister. Als Allah subhanahu wa ta'ala sagt, leysa li waqa'atiha gibt es niemanden, der ihr Eintreffen, welches unerwartet und schnell ist, kathiba leugnen wird. Das heißt, es gibt keinen Zweifel und keine Verleugnung. Es heißt ebenso, dass die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala leysa li waqa'atiha kathiba gibt es niemanden, der ihr Eintreffen leugnen wird, bedeutet, es gibt diesbezüglich keine Rückkehr und das, wenn es geschieht, und das, wenn es geschieht, dies nicht wieder weggenommen wird. Ja, also es ist weder eine Rückkehr, noch wird es also etwas geschehen, dass es also weggenommen wird. Aus diesem Grund sagt Allah subhanahu wa ta'ala fa'yawma'idhin waqa'atil waqa'a wa'an shakkatis samā'u fa'hiya yawma'idhin wahiya wa'al-malaku ala wa'al-malaku ala wa'al-malaku ala arja'iha wa'yahmilu arsha rabbika fa'uqa'hum yawma'idhin thamaniya an jenem Tag dann wird die Stunde äh dann trifft die Stunde ein die eintreffen wird und der Himmel spaltet sich so dass er an jenem Tag äh brüschig wird und die Engel befinden sich an seinen Seiten und den Thron deines Herrn werden über ihnen an jenem Tag äh acht tragen meine lieben Geschwister im Islam äh denn wenn sie eintrifft wird sie nicht mehr weggenommen oder abgehalten sondern sie wird mit ihren Ereignissen die praktisch mitkommen werden unverändert fortfahren deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala laysani waqa'atiya kādhiba khaafidatun rafi'ah gibt es niemanden der ihr Eintreffen leugnen wird sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen und dies gehört zu ihrer besonderen Bedeutung was bedeutet khaafidatun rafi'ah sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen einige sagten sie erhob ihr sie erhob ihr Geräusch so dass derjenige der weit ist sie hört sie hält ihr Geräusch leise so dass derjenige der nahe ist sie hört das gehört zu ihrer Bedeutung und diese Bedeutung ist sahih naam khafidatun rafi'ah sie wird also manches niedrig machen und manches erhöhen das bedeutet die Menschen die Menschen niedrig macht wie zum Beispiel übeltäter und so weiter und anderen erhöht die gehorsam gegenüber ihrem herrn sind und dies wurde von Romar und Ali und anderen radiyallahu anhum ajma'in berichtet denn die Maßstäbe meine Geschwister am Tag der Auferstehung die werden sich ändern so wird ein Mann gebracht der sehr schwer ist er wird bei Allah nicht mal so viel wie der Flügel einer Mücke wiegen dann wird ein Armer der unbekannt ist mit abgenutzter Kleidung gebracht dieser wird bei Allah sehr schwer sein auf der Waage natürlich und dies ist die Bedeutung von von sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen so bedeutet dass es am Tag der Auferstehung Überraschungen geben wird ja in der Tat Überraschungen geben wird Überraschungen in den Handlungen meine Geschwister vielleicht lässt sich jemanden auf eine bestimmte Handlung oder verlässt sich darauf auf eine bestimmte Handlung und am Tag der Auferstehung findet er sie dann nicht wahrscheinlich hatte auch einer in seine Nähe etwas anderes mit hineingemischt es kann auch sein dass er einen Tag dass jemanden eine Tat vergaß und am Tag der Auferstehung findet er sie auf einem besonderen Rang und sie gehört zu den wichtigsten Taten durch die er entkommt Allahu akbar nun die Frage die meine Geschwister wann wird sie geschehen wann wird sie geschehen Allah sagt wenn die stunde eintrifft die eintreffen wird gibt es niemanden der ihr eintreffen leugnen wird sie wird manches niedrig machen und manches erhöhen die antwort ist wann wird das geschehen wenn die Erde heftig hin und her geschüttelt wird und Raja ist eine starke Bewegung und das ist ein Ausdruck von einem Beben wie Allah sagt wenn die Erde erschüttert wird durch ihr heftiges Beben auch die Aussage gewiss das Beben der Stunde ist eine gewaltige Sache die Aussage meine Geschwister und die Berge völlig zermalm werden und besser zermalmt hat zwei Bedeutungen erstens Zerstückelung so dass Wakanat Jibaluk und die Berge und die Berge wie zerflockte gefärbte Wolle sein werden sie werden nicht so sein wie jetzt mit ihrer mit ihrer Haltbarkeit und Festigkeit nämlich die Berge die werden dann nicht mehr so sein wie heute das ist die eine Bedeutung die zweite Bedeutung ist Sujirat bedeutet Bussat und dies bedeutet treiben führen wie Allah sagt und wenn die Berge versetzt werden auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala und du siehst die Berge von denen du meinst die seien unbeweglich während sie wie Wolken vorbeiziehen mit der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala ohne Zweifel dazu gehört auch die Aussage des Propheten die das Ende der Zeit betrifft einige Leute werden auswandern und ihre Familien und diejenigen die ihnen gehorchen werden zur Auswanderung gedrängt das bedeutet sie werden mit ihrem Besitz ihre Familien und Tieren Medina verlassen das heißt sie werden sie führen also werden die Berge ihre Situation ändern an jenem Tag die zerpflückt wird und zweitens werden sie geführt und bewegen und bewegen sich weg darum sagt Allah und dann zur verstreuten Staub werden und Haban ist etwas das keinen Wert hat und Haban ist auch Staub bedeutet auch Staub einige sagten das ist der Staub denn man wenn ein Licht Strahl auf ihn trifft in der Luft zu sehen ist und dann zu verstreuten Staub werden das heißt zerstreut und diese Veränderung meine Geschwister lass uns das mal kurz uns vergegenwärtigen diese Veränderung der Schöpfung dass der Himmel weg geht und sich spaltet die Erde die sich verändern wird die Berge die das die das die Berge auch dann wie Baumwolle zerpflückt werden und das Beben das auch eintreten wird der Mensch sieht das meine Geschwister der sieht das alles und begreift dass er am Schluss an der Reihe sein wird mit diesen wenigen bescheidenen Worten wollen wir uns heute begnügen meine Geschwister jazakum allahu khairan für eure aufmerksam zuhören möge allah uns alle recht leiten und dass er uns derartigen treffen wie heute auch segelt und inshallah viele folgen lässt barak allahu khairan ich wünsche meine Geschwister einen gesegneten iftar subhanakallahumma und behemdik ässhadu an la ila illa annt astaghfirukha wa atubu uleyk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh und behemdik und behemdik abonni